Hallo, ich bin Monique und ich habe gerade meine Instant Change Anwendung hinter mich gebracht. Und ich bin schrecklich froh, dass ich das gemacht habe, dass ich die Entscheidung für mich getroffen habe, dass ich jetzt diese Zeit und auch das Geld natürlich für mich selbst verwenden darf und kann. Ich habe Themen mitgebracht, die ich gerne in den Anwendungen bearbeitet haben wollte und ich konnte sie auch alle einbringen und alle auch so bearbeiten, dass ich damit große Schritte weitergekommen bin und vor allem auch ganz schnell. Denn da sind Themen dabei, mit denen ich mich schon seit Jahrzehnten auseinandergesetzt habe. Und die jetzt, und da kann ich ganz ehrlich nicht sagen, ob ich da jetzt die Reife dafür gefunden habe, diese Themen jetzt endlich anzugehen oder ob jetzt der richtige Zeitpunkt einfach da war, die anzugehen oder ob es wirklich die Methode allein ist, die jetzt dafür gesorgt hat, dass ich da ziemlich schnell weiterkommen konnte und hinter bestimmten Themen auch für mich einen Haken setzen konnte. Und jetzt ist noch relativ frisch, dass die Anwendungen sind gerade hinter mir und ich habe tatsächlich da für mich eine Ruhe gefunden für viele von diesen Arbeitsbereichen, die ich schon seit Jahrzehnten mitschleppe. Und ich kann das jedem empfehlen, der das Gefühl hat, dass er in bestimmten Bereichen in seinem Leben einfach nicht gut genug ist oder nicht stark genug ist, bestimmte Sachen auszuhalten. Oder da einfach für sich selbst in diesem Coaching, in diesen Seancen für sich herauszufinden, was ist im Kern da, was ist im Weg und was ist tief in mir wirklich drin. Und wenn alles Schrott weg ist, wozu bin ich dann in der Lage? Also welche Kraft kann ich dann aus mir herausholen, wenn nicht ganz viel Energie verschwindet für Sachen, die für dich wirklich nicht wichtig sind? Und ja, ich habe eine Ruhe gefunden und ich würde das jederzeit wieder machen.